Hey Leute und herzlich kommen zur ersten Fol- Junge, was ist jetzt bei dir falsch? Ja, tut mir leid, ich war lustig, mach nochmal. Hey Leute und herzlich kommen zur ersten Folge von Raft Staffel 1 auf beiden Kanälen. Ihr seht schon, der Hässliche ist dabei. Kann ich nochmal zurück? Ja, da ist eine Insel. Achso, okay. Wir können uns noch nicht bewegen, wir haben noch kein Dingens. Und zwar, erstmal direkt vorneweg am Anfang, mein King seinen Haken hat weggepackt. Das hat sich gerade weggepackt, ich kann da noch einen Clip zeigen, ich habe das schon aufgenommen. Genau, die ganzen Gletscher in der Schweiz sind geschmolzen. Ah, da ist er ja. Oh nein, ich habe mich an den Haaren verloren. Und wie kann ich denn den aufgeben? Mit Rechtsklick. Rechtsklick? Ne, der liegt jetzt da. Rechtsklick. Hä? Deswegen organisiere ich dir erstmal kurz einen neuen Haken. Mein King, drück mal bitte die Tab-Taste auf deiner Tastatur. Dann klassen du dein Inventar und dein Craftingmenü. Mit Q kann man Sachen droppen, die man im Inventar hat. Ey, hier ist zurück. Warte, ich will die Hälfte hier geben. Achso, danke. Da. So, hier ist auch noch eine Flanke. Hier habe ich den Haken. Da liegt noch ein Flankmodell. Achso, danke. Achso, okay. Und mit dem Mausrat kannst du scoren, genauso wie mit den Tasten kannst du auch Sachen machen. Und drück mal T. Denkst du, ich habe noch nie Raph gespielt? Achso. Ich wollte es noch erklären. Jedenfalls. Oh mein Gott. Oh. Ne, du wusstest ja schließlich auch nicht, wie du deinen Haken wieder aufnehmen kannst, ne? Ja gut, aber der backt ja auch rum. Ich würde sagen, wir machen das jetzt schlau. Ich mache mir einen Bauhammer, wenn ich genug Zeug dafür habe. Hast du zufälligerweise Blanken und... Na ja. Hast du zufälligerweise Planken und Seile? Oder Planken und Kletter? Wie viele Planken brauchst du? Planken und Seile. Oh, die ist runtergefallen. Oh nein. Red. Aber der High ist... Ja, Redbred. Ich mache das jetzt alleine. Ja. Aua. Ja. Übrigens vielleicht noch... Wo bist du hier? Achso, hier. Kleine Hintergrundstory, wie so wie überhaupt hier gelandet sind. Die ganzen Gletscher in der Schweiz sind geschmolzen. Wegen der scheiß Klierlauerwerbung. Weikig ist von mir in die Stadt gekommen. Ja, ich bin von der Blutfälle einfach so zu Red getragen worden und dann... Ja, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier zusammen gelandet. Wie weit kann man abschlafen? Wolfi ist leider... Wo ist Wolfi? Finden wir diese noch in der Story? Die finden wir bestimmt auf einer Insel. Ah, okay. Tschüss. Na so *** findet man noch. Alter. Oh Gott, das muss ich rausschneiden. Was? Was? Okay, was ist denn am schlausten? Ich will eigentlich trinken, oder? Ist ja... Warte mal her. Ja genau, du kümmerst dich mal... Versuch mal einen Grill zu machen. Und... Einen Reiniger. Einen einfachen. Ich brauch Holz. Ich... Ja jetzt hast du mir Holz... Ich kann dir Holz geben. Hier, wie viel brauchst du denn? Mein Haken back ein bisschen rum... Äh... Noch 5 jetzt. Wobei, maybe gleich mal noch 4. Warte ich hier. Okay ne, ich hab verkackt. Ich brauch noch 5. Hier, 5 Stück. Oh, danke. Das ist aber... Genau, und mit mittlerem Mausrad kann man die Hälfte droppen von einem Stack zum Beispiel. Äh... Warte, wie kann ich das... Also... Äh... Wo soll ich das? Ach genau. Wenn du den Haken überhaupt hast, kannst du mit rechts... Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Gib mir mal... Hast du Kunststoff? Äh... Jetzt nicht mehr. Schade. Wir brauchen Kunststoff. Ich will, dass wir das absichern, dass nicht der Hai das direkt wegpressen kann. Ach genau, mach die mal bitte ein Speer. Ach ja, stimmt. Das wär auch noch schlau. Aber ich hab kein Holz. Das ist doof. Wollen wir vielleicht noch was dazu sagen, wann die Videos kommen jetzt von Raft? Genau. Und zwar. Es wird so sein wie beim Prison. Das heißt, es kommen die Folgen abwechselnd. Außer Folge 1. Die kommt wieder bei beiden Kanälen. Och nee. Folge 2 kommt nur bei mir. Ach nee. Ich hab's geschafft. Ja, nee. Ich dachte ich... Dein Haken. Lol. Hat das gar nicht gemacht? Kannst du denn bei mir? Der Haken ist da. Makin, Speer, schnell! Ich mach die schnell in Speer. Ich mach die schnell in Speer. Wie viel kostet das? Ja, ich hab viel zu wenig von allem. Ja, ich auch. Ja, schade. Kannst du geplanken und Kunststoff geben? Ja. Könnte ich. Aber ich könnte mir auch in Speer trafen. Okay. Ach so, dann macht man auch einfach. Ja, ich muss aber jetzt noch so ein bisschen Zeit nehmen. Hab das mal wieder repariert, ne? Ja, das ist sehr gut. Genau, weil Raft kam jetzt nämlich das Update, the Final Chapter aus. Guck mal, da ist schon ne Kiste. Alter, die ist ne fette Kiste. Mein Paket. Mein verscholtenes Paket. Und... Dein Keksikon. Oh, 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 oh. Oder deine neue Tastatur, weil die sie wieder mal zu hauen hat, weil wir Golf gespielt haben. Junge, da war einfach Seile, Schrott, Steine und... Da war ja alles drin, glaub ich. Das ist doch eine Kartoffel. Nein. Ja. Ah, stopp. Da Häuiaa high saúde, la eine Kartoffel hier ist rein. Höhe? fähig. Wie entspult ist drin. Hast du die Hand gegen den Clarkeаются? Nehm ich überhaupt? Loll. Nehm ich überhaupt aufh? Och, nehm ich überhaupt aufh? Ja, okay, das... Wärst jetzt... Nein, nehm ich aber aufh. So, erster. Ich hab so, nehm ich mich nicht wenn ich überhaupt aufh? Nehm ich überhaupt aufh? Alter, wie mei ich sollte. Das ist halt leider bei der Folge, die... Wo du halt die Aufnahmen hast Ja, so hast sowieso alles kaputt gemacht Ich habe es mittlerweile entsperrt ich weiß ja nicht was du machst ja ich bekomme wie einfach kein kein holz Gras also dieses platz meine ich Er bekommt kein gras Wir müssen unbedingt kann man hier käse herstellen hier gibt ja keine kühle schade Hätten wir so ein raclette machen müssen das hatten wir letztens war richtig geil Ist geil das machen wir immer zu silvester hast du auch liebst du also und magst du auch von Ist auch geil von du ist auch geil wir haben einmal der schweiz Wie oft ich runterfallen werde ja mein blatt und jetzt habe ich auch ein schwer Ich habe auch die zeit fünf blätter du hättest mich aber nur fragen müssen also ja gut Also so geht das in dem spiel Kommt habe ich das fast noch bitte Jawohl Ich habe heute auch mein video raus auf den king Ja habe ich gesehen ich war stolz auf mich ja Es ging ja darum die zu stürzen und nicht den zu feiern Aber Ach leute müsst euch sowieso Gold wird reinziehen Gold wird das absolute legende spielen und Gold wird in real life Das war auch geil ich habe da auch so ein bisschen geschaut das video habe ich glaube ich einen kommentar sogar geschrieben Sogar das habe ich gemacht Man ich bin richtig neig auf red sein hemmens nur wenn es in seinen farben ist haben wir gesagt er darf es anziehen Ich habe einfach gesagt ich darf ich mache das einfach Ich habe einfach gesagt ich zieh das jetzt einfach an Soll ich das jetzt platzieren Du lass mal bitte den reiniger hier hier Siehst du das? Ja möglichst ne aber möglichst hier so an den rand hier so Ja einfach hier Ja Junge Genau da eingestellt wo ich nicht gesagt habe Ich habe eine tasse ich koche mir mal ein bisschen wasser willst du auch ein bisschen süßwasser suchen Ja Ich sicher das mal ganz ab Hast du noch plastik Ja also ich sag sowieso mal plastik aber eigentlich heißt es kunststoff ja ich würde wieder Da ist nicht ja auch nicht lasse denn auch jetzt hast du das Jetzt habe ich meine maus verzogen alter ja geil Und wir erwärmlich Okay Nein wir müssen erst mal nicht mal den grill machen ich habe eine kartoffel Ja, aber die müssen wir doch anpflanzen. Ich hab zwei Kartoffeln. Ja, das sagen sie auch immer. Und dann haben sie nur eine. Ich bin Deutscher. Ich darf das. Ich darf das. Alter, du deutsche Kartoffeln. Juni, wir sind schon an so vielen Inseln vorbeigefahren, da kommt schon wieder eine. Ja, kommen wahrscheinlich auch alle fünf Meter, ne? Ich kauf mir jetzt trotzdem eins. Kannst du mir Kunststoff geben, bitte? Ja, wie viel brauchst du? Wie kann ich einzelne Tropfen? Achso. Ich hab einfach... Hä? Hä? Wieso springst du denn ins Wasser? Das ist immer... Oh, Alter, Rippenrett. Ich bin gespannt, wer zuerst sterben wird. Bei mir ist es ein bisschen verpackt, aber ich glaube, das liegt einfach am deutschen Internet. Ja, wahrscheinlich ist es am deutschen Internet. Ich hab mit Marlon... Was? Ja, wer ist denn hier der Hose vom Game? Ja, ich. Ja, eben. Aber die Sache ist halt einfach auch so, das liegt einfach daran, ich hab mit Manu und Neil schon zusammen auf einem Raft gespielt... Oh, mein Ra... mein... Haken... Auf einem Raft gespielt... ...gespült und wir konnten... Hast du einen Kunststoff? Ich hab keinen Haken mehr. Ja... ja, Karma... Äh, da, da, da! Oh, das wär kalt, haben wir den ge... Hä? Ge... Ja... Junge! Auch die Reaktion auf das Fortnite-Video. Ich hab immer noch meine Facecam eingepackt gehabt. Ist mir aufgefallen. Und noch das nächste, so was ich sagen musste. Du hast ja auf Rocket League von mir reagiert, ne? Ja... Ich hatte einen Clip, den ich so reingepackt hab, wo ich wollte, dass du dir das Video zeigst und wollte deine Live-Reaktion sehen. Und dann hast du aber das Video vorher beendet. Oh... Du hast das Video aber genau... Ca. 10 Sekunden vor dem Clip beendet. Junge, das ist natürlich schade. Und ich dachte mir so, ne, hat der jetzt nicht gemacht. Ich find's ja cool, aber andererseits auch nicht, weil ich deine Live-Reaktion sehen wollte. Was war das denn? Das war ein Clip, wo ich dich... Ah, okay, chillig. Zum Glück hab ich das nicht gesehen, sonst hab ich gefein. Ich hab jetzt einen Grill gemacht. Ich hab ein Hochbeet immer noch. Ja, dann platzier das mal. Okay. Ah, ja, perfekt, da wollte ich grad nicht spülen. Ich wusste es. Deswegen hab ich das Tor platziert. Können wir eigentlich an der Insel angespült werden, oder werden wir dann mal geschweckt? Ja, ich glaub wir. Ah, okay, chillig. Ich glaub schon, wenn wir genau drauf zu... Ja, perfekt. Aber wir brauchen eine Axt oder so, dass wir das Holz da abmachen. Ja, eben, das dachte ich mir gerade. Macht sonst... Wie, macht man hier eine Axt? Steinachs, da, Steine. Ich hab zwei Steine. Ich hab zwei Steine. Oh, gib mir zwei, ich hab einen. Ja, gönn dir. Oh, mein Fass. Perfekt. Geh du mal hier tauchen und versuch mal schon ein bisschen Leben oder so abzubauen. Oder das Schrott, was da... Mann, das ist so ein Scheiß-Game. Geh du mal ein bisschen tauchen hier, ja, kurz. Was ist, wenn wir das Floß verlieren? Sind wir dann einfach auf der Insel jetzt? Dann sind wir gestrandet, aber... Wir verlieren das Floß schon. Ich geh ja nur kurz da drauf und fäll kurz den Baum. Und danach geh ich wieder auf das Floß. Ich... Achso, stimmt. Das leuchtet ja so cool. Aua. Nein, Hai. Bitte erbarme mich. Ja, das leuchtet aber nur, wenn's Nacht ist, ne? Ach, echt? Noch mal kurz gesprungen und geguckt kurz. Ja, ach, echt. Wieso... Neh mal auch hier am Anfang diese Blumen mit, ne? Dass wir so... Ja, nehm mal alles mit, was du kriegen kannst. Ähm... Ich glaube, wir sind hier aber länger gestrandet, ne? Ja, wir kommen hier. Ja, wir kommen hier irgendwie wieder. Du kannst den angreifen, ne? Du kannst den auch angreifen und den seinen Schutz... Oh, hier ist ein Melonen! Oh, hier ist ein Unterschuss, eine Kiste! Oh, Scharniere! Lol, wie wir einfach... Ey, in 5 Minuten das Spiel einfach durchgesprungen. Ich bin reich, Junge. Aber, weil... Ich bin einfach ungerannt. Ich bin so ein bisschen... Ah, ich hab ja mehr los, stimmt. Oh, Ananas! Ah, ich glaub, du bist der Erste der Todes, ne? Ja, glaub ich auch nicht. Ananäste! Ah, die Melonen geben ja mehr Wasser als alles andere. Ja, weil ich das mir in die Tasse gemacht hab. Das war das alte Mal schon. Ja, aber können wir bitte machen, dass wir immer nachzunehmen? Oh, ach, ach, ach! Das ist ja gar kein Wasser. Aua! Machen wir hier die Karotte rein, die eine von mir. Ich hab Kartoffeln an. Keine Karotten, aber lass uns... Ja, ja, Kartoffeln meine ich ja. Sag ich ja. Guck mal, ich mach jetzt auch noch mein Wasser da drauf, damit das... Einfach zu blubbern. Hast du das jetzt angeflogen? Ah, okay. Kann man eigentlich Salzwasser brauchen wie Kartoffeln? Nee, kann man nicht. Wie kann ich denn das wegkippen? Das macht so keinen Sinn. Wieso geht das denn nicht? Weil das logisch ist. Jetzt hab ich gerade aufgesackt. Hey? Oh, stimmt irgendwas, dass ich nicht fallen lassen hab auf der Hense. Aber es gibt nur einen Hai, ne? Solltest du nicht hier unten Sand und Turm mitnehmen? Ja, klar. Mach nur da drüben, Alter. Mach ich hier, weil der Hai... Aua! Der hat mich angegriffen, Alter. Aua, wo bist du? Wo bist du, Hai? Hilfe! Hier ist abgerundet. Aua, ich bin schon wieder. Oh Gott, ich komm lieber wieder auf das Raft. Ich bin ja schon wieder fast tot, Alter. Hä, wieso ist denn hier kein... Stuff? Wir brauchen eine Kiste oder so. Oder einen Forschungstisch. Oh, ich kann einen Forschungstisch machen. Ja, mach mal. Guck mal, mein King. Der war teuer, du musst mir jetzt Sachen geben. Ja. Wir müssen unbedingt hier Sachen hinbauen, ne? Wir sollten... Ich forsch mal, ja? Wieso bin ich hier denn nix? Was ist das denn? Ich bin jetzt hier hoch, so. Schöne, ich... Das geht hier jetzt nix, weil wenn ich das shiften will... Jedes mal Sneak, weil ich auf Schiff sneaken habe. Stimmt, das ist bei mir auch so. Ich hätte dieses Game entwickelt, da hinten. Oh, Kino, Kino. Ja, weil ich hab das umgestellt, so. Kommen wir dem Wasser Fallschaden? Hier und O. Nee. Ich glaub nicht. So, mein King, wir haben jetzt... Ich hab alles... Guck mal. Steinpfeil. Hochbeet. Großes Beet. Laterne. Eimer. Große Kiste und Farbenhüle. Haben wir schon ein Bett? Können wir das schon machen? Ich weiß es nicht. Ich kann noch mehr erforschen, warte. Oh, ne, der Highgreif. So ein geiler Luxus, den man halt haben kann. Du bist halt einfach Schweizer. Ja, ich weiß. Jetzt hab ich so krass gewonnen. Ich war ja in Italien. Diese Hotels oder, ja gut, vor allem das Restaurant. Was dort so halt gefühlt fünf Sterne ist, ist halt bei uns so zwei Sterne. Das sind so krasse Welten, ey. Ich mein, wenn du bei uns in ein... Allein wenn du bei uns in ein... Allein wenn du bei uns in ein Drei Sterne Restaurant gehst, Alter. Da wartest du aber... Krasse Sachen eigentlich. Hab ich mir so gedacht. Wir sind eigentlich echt verwöhnt, hab ich mir so überlegt. Ja, seid ja auch hier. Seid alles verschwörende Schweine. Kannst du jetzt da bitte hierherkommen? Ja, ich bin gerade umzingelt. Ich bin hier so auf einer einsamen Insel und ich bin einfach rum und so. Du bist auf der Insel. Das heißt, ich kann noch mal unter Wasser gehen kurz. Der High fetzt mir nicht ins hinweg. Ne, der Dev ist mich gerade so ein bisschen am Abknabbern. Ich bin so ein bisschen Spare Ribs für den. Boah, ich hab glaube ich Metall-Erz gefunden. Boah, wichtig. Ja, ich hab Metall-Erz. Ne, ich hab nur Schrott und Stein irgendwie gefunden, also... Jetzt kommt er zu mir, Alter. Komm her. Aua. Bitte wachs dir, Alter. Ich bin am sterben. Ich bin... Oh Gott, ich bin aber... Scheiß. The Mikey, du musst mich aufheben. Echt? Ja. Oh, ich hab ihn abgewertet. Wo liegst du denn? Holy shit. Holy moly, Hilfe. Mikey, ich fliege ins Wasser, bitte. Wo bist du denn? Ach, hier drüben, lol. Oh nee, jetzt kommt er zu mir. Ja, ist gut. Junge, Mikey, ich bin modded. Ich hab ihn gehitzelt. Holy shit. Oh nein. Oh nein, oh nein. Hilfe, ich komm hier nicht hoch. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Oh mein Gott, was ist das denn für eine erste Folge? Wie lange ist die eigentlich? 21 Minuten. Lol, stimmt. Dann können wir jetzt hier, bevor wir wieder loscruisen... Ich glaub, wir beenden die Folge hier mal mit unserem Stress und unserem Problem. Ja, Alter. Wie ich sonst... Ich bekomm hier keine Ahnung. Panik. Ich hab auch sehr Hunger. Leute. Ich mach einfach mal den Armboden, ne? Wie kann ich mich denn jetzt hier dringen? Oh mein Gott. Und... Snackst du jetzt einfach Kartoffeln? Nee, Kokosnusser. Ja, okay. Chillig. Ja gut, Leute. Das war's mit dieser Folge. Wenn's euch gefallen hat... Aber wie gesagt, ich wiederhole mich. Willst du noch was sagen? Äh, ja. Lasst ein Like und ein Abo da. Und schaut... Schaut, Leute. Schaut in die Playlist. Es gibt wieder eine Playlist. Bruder, alles hab ich schon gesagt, dass du jetzt sagst. Oh. Na egal. Tschüssi. Tschüss.